Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei Wetter.net. Heute habe ich Schneeflocken mitgebracht, einen Wintereinbruch. Ja, wo bitteschön soll es denn nun noch einen Wintereinbruch geben? In diesen Tagen kommt doch erstmal der Maisommer zu uns, aber weit gefehlt. Am Sonntagnachmittag, also am Muttertag, wird es aus Norden deutlich kühler. In der Nacht zum Montag kann es dann sogar ab 500 bis 600 Metern vor allen Dingen in der Mitte und im süddeutschen Raum hier und da sogar Schneeflocken, nasse Schneeflocken geben. Also nochmal ein verspäteter Wintereinbruch, der sich da anbahnt, wenn es denn genauso kommt, wie es die Wettermodelle aktuell vorhersagen. Doch zunächst mal der Blick auf den heutigen Dienstag und wir schauen uns die Großwetterlagenkarte an. Ja, wir sehen, Hochpaul kommt näher und deswegen wird es heute auch schon im Westen und Norden relativ freundlich sein. Im Osten und Süden dagegen, da hängen heute noch ein paar dichte Wolkenfelder. Stellenweise gibt es etwas Regen und deswegen wird es auch heute im Osten und Süden nicht ganz so sonnig wie im Rest des Landes. Teilweise im Westen heute bis zu 12,5 Sonnenstunden, ein sehr sonniger Tag. Im Süden dagegen rund um München gerade mal maximal 2,5 Sonnenstunden, die da heute zu erwarten sind. Aber morgen am Mittwoch wird es schon wieder überall freundlich werden. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen im Norden und Osten so 13 bis 16 Grad. Im Südwesten 19 bis teilweise 21 Grad. Und auch der Donnerstag bleibt dank Hochpaul sehr sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen 15 bis regional 25 Grad am Oberrhein. Also es kann schon wieder einen Sommertag geben. Und am Freitag eine ähnliche Wetterlage. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Und die Temperaturen erreichen im Norden 17 bis 19 Grad. Im Osten bis 21 Grad. Und im Westen 21 bis 24. Im Südwesten auch wieder Werte bis zu 25 Grad. Also einen weiteren Sommertag. Ja und der Samstag wird dann sehr spannend. Der wird nämlich noch ein bisschen wärmer. Im Südwesten teilweise 26, 27 Grad. Frühsommerliche Temperaturen. Aber auch sonst 19 bis teilweise 24 Grad. Und zum Nachmittag bilden sich hier im Westen und Süden die ersten Schauer und Gewitter. Die können auch mal von Starkregen und Sturmböen begleitet sein. Und dann wird es spannend. Wie gesagt, am Muttertag noch mal sehr warm. Hier im süddeutschen Raum 23 bis 25 Grad. Im äußersten Süden teilweise bis zu 29 Grad. Also knapp an der 30 Grad Marke dran. Aber aus Norden, da kommt schon die kältere Luft heran. Hier gerade mal Höchsttemperaturen. Nur noch um 14 Grad. Und stellenweise fällt Regen. Später gibt es auch im Süden zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. In der Nacht zum Montag kommt die Kälte dann weiter in den Süden voran. Und man mag es kaum glauben. Das hier sind die Höchsttemperaturen, die sehr wahrscheinlich am Montag erreicht werden. Gerade mal noch in der Mitte 4 bis 8 Grad. Also fast mehr als 20 Grad kälter als noch am Sonntag. Und insgesamt sehr wechselhaft vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen zeitweise Niederschläge. Meist als Regen. Aber in mittleren und höheren Lagen kann es durchaus auch mal Schnee, Regen oder Schnee geben. Also noch mal ein kleiner Wintereinbruch. Die Eisheiligen lassen grüßen. Die beginnen ja kalendarisch zumindest am kommenden Montag. Normalerweise wären sie ja 10 Tage später wegen einer Kalenderreform erst ab dem 21. Mai. Aber sie stehen nun mal im Kalender ab kommendem Montag. Und sie wären demnach pünktlich, wie gesagt, vor allen Dingen in der Mitte sehr frisch. Und in der Nacht zum Dienstag gibt es verbreitet sogar Frost. Also noch mal ordentlich Blümchen-Alarm. Ja und diesen Temperatursturz, den sieht man sehr schön hier auf der Großwetterlagenkarte vom kommenden Montag, dem 11. Mai. Und wir sehen in 1500 Metern Höhe, da strömt sehr kalte Luft nach Deutschland. Und deswegen gibt es noch mal diesen heftigen Temperaturknick. Und den sieht man sehr schön hier auf der Ensemble-Vorhersage. Bis zum Sonntag steigende Temperaturen in der Mitte Deutschlands auf bis zu 25 Grad. Aber dann zum Montag dieser starke Temperatursturz. Teilweise noch Tageshöchsttemperaturen um 5 Grad. Und zum Teil kräftige Niederschläge. Bis dahin weitgehend wieder Trockenheit. Dann die Niederschläge. Danach wieder eher trocken. Nur wenige Niederschläge. Und die Temperaturen, die steigen dann Richtung 21. Mai schon wieder deutlich an. Das heißt, dieser Temperaturknick ist wohl nur von kurzer Dauer. Aber dennoch ziemlich heftig. Zunächst sommerliche Werte noch am Sonntagnachmittag. Und am Montag zum Teil spätwinterlich kühles Wetter. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Und wem es gefallen hat, der lässt bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.